Das ist eigentlich für die alte Weihfrau ausgekommen, um da den Tragekomfort zu verbessern, kostet um die 100 Euro, das ist relativ teuer für so ein bisschen Plastik, mit der Kopfhörer dran, aber das können wir ja auch in der Quest vermarkieren und damit wird der Komfort dann berücksichtbar sein. Okay, was kostet das? Oh nein! Okay, ich finde die von der Quest, also man hat ja in dem Sinne keine Kopfhörer, sonst kommt der Ton raus, der irgendwie auf die Ohren direkt.